Ich wurde hier total geflasht, ich hätte nie gedacht, dass ich mich hier so, so wohl fühle, dass es sowas für mich ist, aber durch dieses positive Feedback einfach von den Patienten, die sich einfach, die mögen einen. Also, die eine Dame hat mal auch zu mir gesagt, da können sie mir noch so viele Tabletten geben, wenn sie kommen, sie heilen mir die Seele und ja, da hatte ich dann noch ein bisschen Pipi in den Augen. Vielen Dank.